So, schönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Oliver Glasner vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel am kommenden Samstag um 18.30 Uhr. Topspiel beim 1. FC Köln. Ich begrüße natürlich Oliver und die Pressevertreter hier im PK-Raum im Deutsche Bankpark und natürlich auch die Zuschauer von Eintracht TV. Ja, Oliver, intensiver Trainingswoche, bis dato zumindest. Wie sieht es denn aus in deiner Mannschaft? Was gibst du deinem Team mit für Samstag? Ja, hallo euch alle. Ja, zuerst waren wir relativ knackig trainiert diese Woche. Ich habe ja auch Dienstag, Mittwoch dann ein Großteil von euch hier und hat das zugesehen, sehr intensive Einheiten. Personell ist so, dass Gonzalo, Paciencia und Nachher noch fehlen werden. Aber sie sind auch schon wieder jetzt im Reha-Programm zurück am Platz. Also gerade bei Gonzalo denke ich, dass er nächste Woche wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Makoto hat jetzt gestern und heute mittrainiert, fühlt sich soweit gut. Müssen wir halt schauen, hat natürlich schon noch bei gewissen Bewegungen auch Schmerzen. Also hier ist noch keine finale Entscheidung gefallen, ob er dann mit dabei sein kann im Spiel gegen Köln. Ja, und alle anderen sind soweit fit, waren sehr engagiert diese Woche und so fahren wir dann am Samstag nach Köln. Okay, dann kommen wir zu euren Fragen und Peppe Schmidt vom Wiesbadener Kurier macht den Anfang. Zum einen hilft da so ein Brustpanzer oder hat das überhaupt keine Wirkung? Wir hatten ja schon mal einen Spieler, der dann so einen Schutzhalter drüber hatte. Und zum anderen, wenn Sie sagen, es ist noch keine finale Entscheidung gefallen, also wenn er denn könnte, wäre er dann auch ein Kandidat für die erste Elf oder sagen Sie, nee, erst mal auf der Bank? Ja, das muss ich mir noch alles genau fertig überlegen, ob es auch Sinn macht. Also natürlich, ihr habt auch Köln heuer schon wahrscheinlich ein paar Mal gesehen und wir natürlich auch. Also es wird ein sehr intensives Spiel. Köln, die Mannschaft, glaube ich, die mit Abstand die meisten Flanken schlägt, viele Tore mit Kopf erzielt. Ja, Modest natürlich hier im Mittelpunkt, wo du im Strafraum viele Luftduelle, viele Zweikampfkämpfe hast. Und dann ist es schon mal ganz wichtig, dass du nicht bei jedem Sprung, bei jedem Rempler Schmerzen in den Rippen, in deiner Brust verspürst. Also das ist mal Voraussetzung, ob es dann überhaupt Sinn macht. Und das müssen wir noch schauen, weil er eben bei gewissen Bewegungen schon noch ein bisschen Schmerzen hat. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich denke, Makoto auch, der dann sicherlich auch jeden Zweikampf mit 100 Prozent bestreitet. Aber wenn du so im Hinterkopf etwas hast, siehst du vielleicht mal irgendwo zurück. Und das wäre natürlich gegen Köln alles andere als gut für uns. Deswegen schauen wir hier, wie es dann morgen noch ist im Abschlusstraining. Werden mit ihm natürlich auch dann noch mal sprechen drüber. Er kennt seinen Körper besser wie ich sowieso. Aber wie, wie ich habe, wie jeder andere. Und dann wird die die Entscheidung fallen. Benjamin Heinrich. Fußpanzer. Ne, weiß ich jetzt soweit nichts, dass wir da, also wir mit keiner Ritterrüstung umlaufen. Benni Heinrich von den Fußball News. Hallo Herr Glasner, wie ist denn so grundsätzlich die Stimmung in der Mannschaft nach diesem durchwachsenen Rückrundenstart? Man konnte ja diesen Schwung aus der Hinrunde zum Ende nicht mitnehmen. Hat sich da irgendwas verändert oder ist das alles relativ gleich geblieben? Nein, natürlich ist es halt so. Leben wir im Fußball oder generell im Sport, lässt sich auch ein bisschen von den Ergebnissen beeinflussen. Ist ja ganz klar. Wobei ich versuche immer relativ unabhängig die Spiele zu bewerten von den Ergebnissen. Ja, gelingt mir speziell nach den Spielen nicht immer ganz so emotionslos, aber dann mit ein, zwei Tagen Abstand in der Regel schon. Und dann denke ich auch im Vergleich zu den letzten Spielen der Hinrunde, ja, wo wir ja gefeiert wurden, als wären wir schon Kandidat um die deutsche Meisterschaft. Denke ich zum Beispiel, dass jetzt unser Spiel gegen Wolfsburg über weite Strecken zum Beispiel viel besser war, wie unser Auswärtsspiel in Gladbach, das wir aber gewonnen haben. Ja, wenn ich unsere erste Halbzeit in Gladbach sehe, dann haben wir bis zur 44. Minute de facto nicht stattgefunden und mit einer Aktion haben wir das 1-1 erzielt und dann hatten wir 20 sehr gute Minuten nach der Halbzeit. Diese Effizienz, diese Momente, wo wir die Spiele vielleicht mal trinken. Leverkusen erst in 20 Minuten 0-2. Ich glaube, ihr habt auf der Tribüne gedacht, oh mein Gott, was könnte das für ein Debakel werden und wir gewinnen 5-2. Ja, weil wir oft ganz, ganz schnell diesen Anschlusstreffer erzielt haben in München. 0-1 hinten, Backgegenschuss 1-1. Hier das Gleiche nach einer Standardsituation. Und wir haben immer diese Momente dann, die wir auch jetzt immer wieder haben, haben wir in dieser Phase immer zu unserem Gunsten nutzen können. Dass wir schnell zurückgeschlagen haben nach dem Rückstand. Ja, oder dass wir es eben wie gegen Mainz dann, wo wir eine sehr gute erste Halbzeit gespielt haben, dann einfach hinten raus gut verteidigt haben. Und diese Situationen finden wir jetzt auch immer wieder vor. Nur die Effizienz fehlt uns momentan. Ich sehe jetzt im Spiel zwischen den beiden Strafräumen sehe ich uns eigentlich besser wie in vielen Spielen der Hinrunde. Aber in den entscheidenden Momenten vor dem gegnerischen Tor und vor dem eigenen Tor, das sind halt die wichtigsten. Und die entscheidenden, da sind wir gerade nicht so effizient, nicht so gut, wie wir das eben in unserer besten Phase im Herbst waren. Sonja Pahl von Hitradio FFH Weil Sie das gerade so schön sagen mit der Effizienz, die fehlt. Ist das dann für das Köln-Spiel vielleicht einfach auch eine Kopfsache, ein Schalter, den man umlegen kann, dass die Effizienz vielleicht dann da ist? Ja, ich habe eine ganze Woche gesucht, den Schalter. Ich hoffe, dass wir ihn gefunden haben, dass wir den dann auch rechtzeitig drücken vor dem Spiel. Aber es ist ja nicht ganz so einfach. Also ich sehe ja, wie viel die Spieler alle gemeinsam immer wieder investieren, um in gute Abschlusssituationen zu kommen, in gute Strafraumsituationen zu kommen. Das haben auch den Spielern nochmal gezeigt, weil wir uns natürlich jetzt auch gegen Wolfsburg, die ja sehr, sehr defensiv dann agiert haben, ihren Strafraum sehr, sehr gut verteidigt haben. Und trotzdem sind wir immer wieder auch durchgekommen. Aber dieser letzte Ball haben wir oft gedacht, vielleicht war unsere Strafraumbesetzung nicht gut. Wir waren oft mit vier, fünf Spielern im gegnerischen Strafraum. Aber dann haben wir ihn nicht gefunden oder wir haben uns nicht so freigelaufen, dass du dann eben vielleicht mal auch ein Eigentor erzwingen kannst. Ja, dann musst du halt dann mit aller, mit allem, was du hast, in diese Bälle reingehen. Und so fehlt halt mal, kommt der Ball nicht, mal ist der Laufweg nicht so. Und dann konnte das Wolfsburg aber immer wieder auch dann, so sieht es zumindest dann aus, relativ einfach verteidigen. Und das heißt, diesen, ja, diesen Punch gerade im gegnerischen Strafraum, ja, den müssen wir uns einfach zurück, da gibt es auch keinen, also wir haben keinen Booster, keinen Turbo-Boost-Knopf, den wir dann drücken konnten, sondern dann heißt es einfach auch für die Jungs hier ja nochmal einen Gang hochzuschalten, um dann eben diesen Ball, der dann kommt, einfach mit mit allem, was ich habe, irgendwie über die Linie zu drücken. Und das muss jetzt auch nicht jedes Mal ein Tor des Monats sein, sondern wichtig ist ja dann, dass er halt irgendwie über die Linie geht. Julian Franzke vom Kicker. Hallo Herr Glasner, es gibt ja eine große Diskrepanz, wenn man sich die Heim- und Auswärtstabelle anschaut. Wenn ich hier sehe, auswärtstabelle Platz vier, Heimtabelle Platz 15, ist das eine statistische Zufälligkeit, weil Sie ja eben schon darauf verwiesen haben, auf das Spiel in Gladbach beispielsweise, man könnte auch sagen, glücklicher Sieg in München. Also glauben Sie, dass das Zufall ist oder hat das irgendeinen tieferen Grund? Ja, prinzipiell gehen wir jedes Spiel so an, egal ob zu Hause oder auswärts, dass wir es gewinnen können, was jetzt natürlich augenscheinlich war in den letzten beiden Heimspielen, die wir beide 0-2 verloren haben, dass wir beide Male deutlich über 60 Prozent Ballbesitz hatten. Eigentlich eine relativ dominante Spielweise. Wir haben, ich finde jetzt gegen Wolfsburg erste Halbzeit war, was jetzt unser Gegenpressing angeht, eins unserer besten Spiele. Wolfsburg hat sich da am Anfang überhaupt nicht befreien können, waren wir mega aggressiv und dadurch bekommst du auch eine gewisse Dominanz in der gegnerischen Hälfte. Noch nicht zwingend im gegnerischen Strafraum, das haben wir auch gezeigt. Und ja, ob es damit dann zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber in den beiden Spielen war es definitiv so. Gegen Dortmund war es ja wieder anders, da hatten wir deutlich weniger Ballbesitz. Hier war es auch so, dass wir dann das Momentum, wo wir das Spiel entscheiden können, Möglichkeit aufs 3-0 haben, nicht verwerten und dann in der 70. den Gegner mit einem eigenen individuellen Fehler wieder zurücklassen ins Spiel. Und diese Phase machen wir gerade durch. Die ist relativ schmerzhaft, aber da müssen wir jetzt durch, alle gemeinsam und da gehen wir auch alle gemeinsam durch. Ingo Durstewitz von der Frankfurter Rundschau. Hallo Herr Klaasner, Sie haben eben schon einen individuellen Fehler angesprochen gegen Dortmund. Das war Martin Hinteregger, der hat jetzt noch, wir will nicht jedes Tor ihm in die Schuhe schieben. Sie haben sich ja auch schon dagegen gewehrt. Aber haben Sie denn mit ihm mal gesprochen? Spüren Sie, dass er irgendwie ein bisschen beladen wirkt? Oder ist das für Sie einfach fertig aus, der steht sein Mann und weiter geht's? Natürlich habe ich mit Martin gesprochen und auch länger gesprochen und klar, ich kenne ihn länger aus Österreich, aber ihr kennt ihn auch schon relativ lange. Er ist natürlich ein Spieler, der sich auch viele Gedanken macht, über was jetzt gerade passiert, der mit sich und auch dann mit seiner Leistung dann auch mal sehr unzufrieden ist. Und der ist aber eben auch jemand, der sich dann viele Gedanken macht, auch sehr introvertiert ist, sensibel ist. Und das geht nicht spurlos an ihm vorbei. Und vielleicht macht er sich dann auch ein bisschen zu viele Gedanken, weil er ist ja hier extrem verwurzelt bei der Eintracht. Er hat das ja schon ganz oft und ganz deutlich kundgetan, dass das ist sein Klub hier, wo er sich wohlfühlt. Und ja, das setzt ihm dann noch mehr zu, als wenn er hier, wenn das drumherum völlig gleichgültig wäre. Und dann, ich erlebe Martin jetzt mit deutlich mehr Engagement, wie noch vielleicht am Anfang, als ich hierher kam. Also er ist jemand, der jetzt kämpft darum, wieder zur alten Form zu kommen. Und das ist, was mir gefällt. Das ist für mich immer die Voraussetzung, dass das dann eintreffen kann. Und das ist für mich auch die Voraussetzung, wenn ich das Gefühl habe, wir hatten ja mal, ich sage mal, Tutor am Anfang der Saison. Wenn ich das Gefühl habe, es kämpft jemand um seine Form, es kämpft jemand, hier wieder besser zu werden, das anzunehmen, dann haben diese Spieler unsere totale Unterstützung. Und bei Martin habe ich das Gefühl, dass er jetzt kämpft, wieder in seine konstante Bestform zu kommen. Und deswegen hat Martin hier unsere totale Unterstützung. Hartmut Scherzer, bitte. Die Frage ist eben ausführlich beantwortet worden. Sie hat sich erübrigt. Gut, danke schön. Dann machen wir weiter mit Sonja Pall. Noch mal kurz auf den Gegner am Samstag zu sprechen kommen, der 1. FC Köln. Der hat sich ja in dieser Saison unglaublich, möchte man meinen, entwickelt mit einem Trainer, der auch sehr emotional rangeht. Zuletzt ja auch zwischenzeitlich mal gefehlt hat mit Corona und wilde Videos gepostet hat. Wie emotional wird denn dieses Spiel aus Ihrer Hinsicht? Wird das sehr aufbrausend? Sie sind ja an der Außenlinie auch gerne dann mal emotional. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Zuseher das kommen dürfen. 25? Ja, schön. Kölner Stadion halbvoll. Hoffe dann gegen Bayern auch. Schon vorweg 25.000 sind zwar jetzt noch 10, aber wäre schön. Also es geht jetzt wieder in die Richtung, die wir uns alle wünschen. Also erstmal super Atmosphäre. Ja, Steffen Baumgart ist jemand, der, ich bewundere ihn, weil er bei minus 5 Grad mit einem kurzärmeligen Leibchen dort stehen kann und ich immer vier Schichten anhabe und denke mir, buh, ist mir kalt. Also muss mega viel Energie von innen heraus haben. Nee, aber macht das gut. Ganz klare Handschrift von Steffen Baumgart beim 1. FC Köln, ähnlich wie in Paderborn. Vollgasfußball, immer wieder Druck am Gegner, immer wieder Pressing. Sehr, sehr schnelles Spiel, mutiges Spiel von hinten raus. Das fällt Ihnen dann und wann mal auch auf dem Kopf, weil Sie den ein oder anderen Ballverlust haben, den der Gegner dann ausnutzen. Hoffe, das können wir auch machen. Aber das wird Vollgasfußball von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ich denke, wir haben das heuer auch schon gezeigt, dass wir da Paroli bieten können und das wollen und werden wir auch machen. Volker Hirt vom Hessischen Rundfunk. Zunächst mal ganz kurz, 25 gegen die Bayern sind zugelassen? Ist das ab 4. März oder kann da noch… Nee, ist noch nicht fix, aber… Sieht gut aus. Ist noch ein Fragezeichen. Mal schauen, was die nächsten Tage bringen. Herr Glasner, die Frage geht an das Olympiageschehen gerade. Ich denke, als Trainer im Hochleistungssport haben Sie möglicherweise… Ich denke mal, Sie verfolgen das, soweit es Ihnen mögt. Gar nicht? Gar nicht? Okay. Dann hat sich die Frage erledigt. Nicht mal die Winter, wo wir… Ich habe nicht mitbekommen, wir Österreicher haben relativ viele Medaillen gemacht, aber ich habe noch keinen einzigen Bewerb gesehen. Okay. Ich bin gestern wieder bei der Champions League eingestiegen. Oder vorgestern. Alles gut. Sonja Pahl. Ich wollte nicht zur Champions League, sondern erstmal zur Europa League, die heute Abend kommt. Was gucken Sie denn? Einen potenziellen Gegner, den Sie sich gerne wünschen? Oder was gucken Sie? Ja, wir wissen ja noch nicht genau. Ich glaube, es wäre ja in der nächsten Runde noch, dass sollte jetzt Leipzig und Dortmund weiterkommen, können wir auf die beiden nicht treffen. Sollte Olympiakos gegen Atalanta weiterkommen, können wir auch auf die nicht treffen. Dann würden noch fünf Paarungen überbleiben, die ich mir aber nicht alle anschaue heute. Ja, ich schaue mal. Ich glaube, Neapel-Barca ist nicht so schlecht anzusehen, aber auch BVB gegen die Rangers und im Anschluss Leipzig. Also wird wieder mal ein schöner Fußballabend, weil wo sehe ich relativ wenig Fußball. Macht Spaß. Jetzt bin ich mal auf die Fragen gespannt, weil als das Wort Barcelona fiel, gingen drei Hände nach oben. Peppi Schmidt macht den Anfang, jetzt bin ich gespannt. Nee, nee, geht nicht um Barcelona. Ich wollte nur sagen, es heißt ja gar nicht, dass Leipzig und Dortmund weiterkommen. Genau, deswegen weiß man es ja noch nicht. Ich wollte mal ganz kurz zu Martin Hinteregger zurück. Könnte denn der Spielertyp des Gegners, wahrscheinlich wird ja Modest wieder spielen können, auch einfach zu ihm passen? Oder ist das auch eine Überlegung, dass das zu ihm passt? Vielleicht eher, Sie haben ja vorhin ausgeführt, mit Makoto Hasebe, dass das eher passen würde, als bei Hasebe? Wenn ich jetzt auch wieder das Spiel jetzt von gegen Wolfsburg sehe, dann hat der Martin ganz oft gegen Wind gespielt. Er ist auch ein relativ großer Spieler, vielleicht sogar, der sich im Spiel noch mehr beteiligt wie Modest. Dafür hat Modest mehr Wucht im Strafraum. Und Martin hat ihn eigentlich über de facto das gesamte Spiel kontrolliert. Aber am Ende bleiben halt dann hängen, ja, beim ersten Tor ein bisschen unglücklich und das zweite dann mit der Kopfballrückgabe. Und das sind natürlich entscheidende Situationen. Aber im Spiel, im Verteidigen des gegnerischen Stürmers war das für mich ein Schritt nach vorne, was Martin gezeigt hat, ja, wenn man das sieht. Und deswegen habe ich da auch null Bedenken, wenn Martin gegen Modest spielt. Und eben weil ich sehe, dass er um seine Form kämpft und meine mittlerweile 30-jährige Erfahrung im Fußball einfach zeigt, dass das ganz häufig auch belohnt wird. Also diese Voraussetzung bringt er jetzt mit wieder und schauen wir mal. Aber es gibt auch, ich habe schon noch ein paar Überlegungen, wieder die Viererkette auch immer wieder mal, ja, weil auch Chris Lenz das sehr, sehr gut gemacht hat. Philipp ist wieder topfit, ja, wird dann spielen auch. Und deswegen bin ich noch so mit ein paar Sachen, Makoto, Martin, Viererkette, also ich habe schon noch relativ viel im Kopf herum. Wir werden uns nachher nochmal, wir haben uns Köln schon mal die Woche mit den Analysten intensiver angesehen. Wir werden das jetzt im Anschluss nochmal im Detail machen und vielleicht geht mir dann der Knopf auf. Ingo Durstewitz. Sie haben eben schon mal Philipp Kostic kurz angesprochen. Wir hatten uns ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, als er reinkam, dass er so gar nicht auf Touren kam. Ist das was, was vielleicht tatsächlich mit Corona-Grippe noch zusammenhängt oder haben Sie da andere Gründe ausgemacht? Mit allem, genau deswegen hat er ja nicht gespielt von Anfang an. Also die Trainer schauen schon immer in der Regel relativ genau, was passiert unter der Woche. Und er hat gesagt, wenn du in sechs Wochen acht oder neun Trainingstage hast, dann kannst du nicht bei 100 Prozent sein. Das ist gar nicht möglich. Und deswegen war diese ganze Woche jetzt für Philipp auch gut, um hier wieder in den Rhythmus zu kommen, seine Abläufe zu finden und um jetzt sich auch wieder dann Schritt für Schritt seiner Bestform zu nähern. Ich wollte fragen, wir haben diese Woche ja Ansgar Knauf das erste Mal hier auch sitzen gehabt auf der Pressekonferenz. Wie ist denn jetzt Ihr Eindruck? Sie haben ihn zweimal Kurzeinsatz. Wie weit ist er schon? Ist er Stück für Stück weiter dran? Wie würden Sie es beschreiben? Wie sind Ihre Eindrücke? Ja, er kommt immer mehr an hier. Ich denke, er wird ihm immer klarer auch, was wir wollen. Ich habe ihn am Anfang als relativ schüchternen, zurückhaltenden Jungen kennengelernt in der Kabine. Sehr bescheidener Junge. Und so ein Eindrücke, er geht jetzt immer mehr aus sich heraus. Und dadurch kommen auch immer besser seine Qualitäten, seine Fähigkeiten zu tragen. Und deswegen, ja, die Richtung stimmt. Ob es dann jetzt schon für den Startelf-Einsatz reicht, das wird man dann sehen. Benjamin Heinrich. Herr Glasner, Sie haben gerade die Viererkette schon mal angesprochen. Wie einfach oder schwer ist das denn, so ein System innerhalb einer Saison, innerhalb einer Rückrunde, jetzt mal so einfach dir nichts zu switchen? Und welche Vorteile hätte das System denn für Sie? Ja, zuerst ist es so, dass du, also prinzipiell geht es mir um Verhaltensweisen. Ich finde, dass wir im eigenen Ballbesitz relativ gute Raumaufteilungen immer wieder haben. So diese Zwischenlinienräume zu finden, auch wie wir dann die Kette dahinter attackieren. Das kommt halt natürlich, wenn du mit drei oder fünf spielst, sehr, sehr häufig über außen. Natürlich, Philipp steht da so an der Spitze, aber jetzt auch Denny ist ein paar Mal richtig gut durchgekommen gegen Wolfsburg. Aber der letzte Ball leider nicht. Mit vier, ja, und in der Defensive, dafür hast du halt oft, und das hat man vielleicht dann gestern gesehen, bei Bayern gegen Salzburg halt, wenn beide außen relativ offensiv sind, hast du halt relativ viel Räume rechts und links deiner Kette, die du halt mit vier einfacher schließen kannst, somit vielleicht das gegnerische Tempo etwas besser kontrollieren kannst. Ja, gibt immer wieder so Vor- und Nachteile. Köln ist jetzt eine Mannschaft, die, wenn sie gegen Dreierkette gespielt hat, dann immer mit drei auf drei angelaufen ist, mit ihren, also, wir haben jetzt so zwischen vier, zwei, drei, eins und vier für zwei Räute gewechselt, aber dann immer wieder Mann auf Mann angelaufen sind. Eben sehr, sehr mutig, sehr, sehr hoch. Hier gibt es vielleicht auch dann eben, wenn du sagst, okay, dann mit vier haben sie zwei auch, dann kommt halt der Zehn einmal raus, also sie haben dann schon immer wieder was, wo du halt vielleicht dann versuchst, in gewissen Räumen Überzahl zu schaffen. Also, es gibt überall so Vorteile, aber auch Nachteile und die gilt es noch gut abzuwägen. Gut, du hast der Witz. Sebastian Rohde hat jetzt letzte Woche pausiert. Wäre er denn so fit und so weit, um wieder von Anfang an spielen zu können oder ist das wieder jetzt eher so eine kleine Aufbauphase? Ja, was ich heute sage, ist vielleicht morgen falsch. Also, man hat heute jetzt wieder mittrainiert, aber das Knie ist eigentlich soweit okay. Es wirkt halt jetzt muskulär drumherum ein bisschen. Das ist halt oft so eine Folgeerscheinung, wo du ein bisschen zu kompensieren beginnst. Und ja, es gilt halt auch immer, das Risiko abzuwägen. Wir wollen jetzt keinen Spieler in eine Muskelverletzung reinjagen, weil dann bist du schnell mal drei, vier, fünf Wochen raus, kommen einfach ganz, ganz wichtige Wochen auch auf uns jetzt zu. Und deswegen bin ich dann schon jemand, der einfach auch mal sagt, lieber vielleicht mal ein Spiel pausieren, um dann wieder ganz fit zu sein. Zumal, und das muss man ja auch sagen, wie jetzt hier auch im zentralen Mittelfeld alle anderen Spieler gerade fit sind, auch in einer guten Form sind, da muss man jetzt auch nicht unbedingt das höchste Risiko für den einzelnen Spieler eingehen. Und das werden wir auch morgen dann genau schauen, wie es Sebastian geht. Okay, schon alle, Peppi noch, ja? Wie geht es dem Dian Dramey? Haben wir schon wieder Fahrrad fahren oder was macht der? Nee, er ist in der Reha, also da muss er jetzt, er geht noch auf Krücken. Also der ist, ja, dauert schon noch ein bisschen. Also der ist ganz normal im Reha-Prozess, aber schon noch relativ weit weg von, von Training, also von richtigem Training, sage ich. oder Training, das Spaß macht. Ja, dann an der Stelle auch an Dian Dramey, weiterhin gute Besserung. Danke an euch für die Fragen, danke an dich, Oliver. Alles Gute für Samstagabend, 18.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion von Köln, unser Auswärtsspiel, Samstag 18.30 Uhr live auf Sky und auf Eintracht.fm und auch im Livestream auf Twitch. Bis dahin, noch eine schöne Woche. Danke euch. Danke. Danke.